Eigene Baustellen. Unglaublich. Deutsche Börse, der IT-Manager, sagte, das ist ein Thema für sich. Wenn du dorthin gehst zu diesem Arzt, dann wird es eine neue Baustelle. Da muss einiges geklärt werden und das ist ein Fall für dich, sage ich danke. Ein neuer Tag, eine neue Baustelle. Wahnsinn. Wie gesagt, warum man jetzt, ja, es gibt, auf mich kommt, A und B, gibt es ja den Herrn Klaus Fusek. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Er ist Deutschlands bekanntester Pflegekritiker und hat viel verändert. Jetzt sagte mir jemand von der deutschen Börse, Wim, das ist ein Fall für dich. Da sage ich, gestern habe ich einen Fall geschlossen, heute gibt es einen neuen. Ja, Wim, du bist uns empfohlen worden, sage ich, uns? Aha, ja, meiner Familie. Wunderbar, sage ich, ich bin in Nürnberg und du bist in Frankfurt. Interessant, nicht? Wie man auf dem Datenhighway unterwegs sein kann, muss, soll, um Mohat, garakon.tv zu treffen. Vielen, vielen Dank. Aktiv sein für eine bessere Welt. Ich frage dir nach, um was geht es denn? Wim, das ist so eine große Baustelle, das geht über Jahre, das musst du selbst erleben. Melde dich an und ich komme mit und wir werden sehen, wie der Arzt dann nicht nur was zu sehen hat, sondern auch zu hören hat. Denn der IT-Manager möchte, dass ich im O-Ton dabei bin. Ja, wenn ich kann, zeitlich, auf jeden Fall. Denn, wenn die Ärzte wissen, dass da einer ist, der ist wie eine Kobra, sagt er. Der Mohat, ich bin keine Kobra, ich bin Mensch. Aber du lauerst doch da schon auf solche Fälle sein. Nein, ich möchte auch, kann ich vielleicht mal wieder Sport machen oder andere Dinge, schöne Dinge und nicht nur Müllkramen. Ja, die Praxis, die kennt keinen hippokratischen Eid. Da bist du eine Nummer, da wirst du herausgeschrien aus dem Wartezimmer. Da sage ich, das ist doch vielfach schon vor der Behandlung psychisch eine Agitation des hübokratischen Eids. Von was sprichst du denn? Von was sprechen wir denn hier? Glaubst du, der wird noch gelebt? Das ist doch Fließbandmedizin. Da sage ich, ah, lässt sich schon die Heilungszeit, die natürliche, kosmische, gibt auch kosmische Heilung, Heilungszeit schon so beeinflussen? Das ist doch krank. Das kann doch nicht sein. Wenn du da was verändern willst, dann guten Morgen. Normalerweise sagt man gute Nacht. Das ist mehr als überfällig. Mach deinen Mund auf, wenn es darum geht, Mensch zu finden, Arzt zu finden, Retter zu finden und Täter zu eliminieren. Vielen Dank. Ich hatte erst gestern zum 1.7.24 ein Tele mit einem Arzt und der meinte eben, es läuft nicht alles rund. Das wissen wir alle. Aber wenn die Würde durch eine Notaufnahme oder durch einen Arzt oder durch Personal ärztlicherseits verletzt worden ist, Rettet keine Milliarde das Wohlbefinden, den Glauben, genau die können mir helfen. Denn wenn ich mit einer Rasierklinge nicht rasiere, sondern einfach kreuz und quer durchs Gesicht fahre, glauben Sie, dass man das zweimal zulässt? Wenn man klug ist, wenn man klug ist, nein. Wenn man nicht klug ist, ja. In diesem Sinne, hippokratischer Eid, guten Tag. Es kommt auf die Note an, wie ich mit einem Patient umgehe, empathisch geladen, denn das sind die Vorboten, die Vorstufen zur Genesung. Haben Sie verstanden, liebe Aufnahmelager? Entschuldigung, Notaufnahmen. Personaldienstleister, Sie verstehen? Verstehen nicht? tvgradakom.gmail.com podcasttv7.gmail.com mohrhard007.gmail.com Da werden Ihnen geholfen. Ach, Sie müssen doch Deutsch sprechen. Da wird Ihnen geholfen. Blub, Verena Poth. Spinat-Iglo? Nein. Aber trotzdem, Spinat ist gesund, auch im Klinikum. Guten Tag, ein bisschen anders Spinat. Ciao, ciao.